einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge war ja und zusammen mit dem ist ja wir haben alle teile zusammen ist ordentlich mit geholfen dankeschön dafür dafür ja normal team und so und jetzt ich hab die güter auch wenn du der freelancer bist hilfe ist ja auch nie verkehrt immerhin nimmst du sie an eben so hat unseren transporter schicken wir zurück und hier ballern wir denn das hyper darum upgrade rein über unterbrecher jetzt war natürlich nice 29,9 3k rechenleistung und wir brauchen 31,25 ist schlecht was taschen wir denn mal hier weg was brauchen wir denn aktuell nicht hier haben wir bewaffnete hier haben wir unbewaffnete geschütztürme hier haben wir durchbringbare schilde wir nehmen so lange das daraus die das da rein gut also lieben das ist schon wieder los müssen wir das fest installieren jetzt haben wir es fest installiert so quatschen wir nochmal an jetzt geht das wieder los wir dürfen wieder zurück und dann müssen wir mit beschmuggler reden ach du ahnst es nicht klar soll nicht abhauen da war ja was das war das falsche wenn man das schiff einfach stört hier ist ein instabiles wurmloch aha dann sagen wir ab in den reisemodus und tschüss der sektor ist noch nicht geladen ja macht nix da machst du nix machst du da du bist da unten in der gange suchst du schon ähm dicks ja nochmal okay wo ich dich da gerade so am rest lang hübeln weh perfekt sonst würde ich hier nicht rumdümpeln das ist perfekt in schiff in sektor wechseln triggere schiff ah schön hellig 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 bald ist es soweit wir sind im avorion gebiet oh 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 hier ist ein schmuggler oh leil ach es ist so zum kotzen wenn man es nicht sucht es ist irgendwie der klassiker finde ich es ist es ist voll verflucht ich weiß auch nicht warum wow hautsch ha unsere schiffe sind im ziel angekommen der hat gesessen den schiff in sektor wechseln rift erkunder wechseln so jetzt hoffen wir mal dass er noch was überlebt hat nicht dass hier alles kaputt ist hm 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 ja aber das wäre wirklich hart belastend ich suche jetzt einen schmuggler einen anderen schmuggler weil dann finde ich vielleicht das portal hier sind nur kreuzer drinnen dort portale dann suchen wir da mal schmuggler wir bist zu groß warum hast du denn so große augen damit ich dich besser sehen kann und warum hast du so große zähne damit ich dich besser fressen kann nein du bist veganer was aber großmütter du bist veganerin oh 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 sorry das wusste ich nicht das tut mir leid es ist passiert ab und an habe ich nun mal fleisches lust das tötet menschen oh sorry tut mir leid das wusste ich nicht kommt nicht wieder vor ernsthaft so wo sagt dass du nebenan zack ganze community versaut alles richtig gemacht jetzt finde ich so scheiß schmuggler schiff jetzt finde ich so ein hässliches schmuggel schiff nicht das gibt es doch nicht du hast doch unten eins gefunden im habitat oder wo das heißt gefunden nee da war ja keins nee du musst die koordinaten haben du musst das ding ja auch erstmal bauen habe ich schon alles erledigt ja dann muss er dir eigentlich koordinaten gegeben haben nee er sagte zu mir ich soll nochmal mit dings sprechen mit einem schmuggler damit ich dasselbe nochmal mache ja weil da war kein schiff kein schmuggler also ich bin ja jetzt hier wo sagtest du nebenan ist noch eine schmuggelversteck Moment bin gerade gerade im ladebildschirm also lalalalalala lalala ladebildschirm lalalalala lseven ich mag Tüge Ich mag Kekse. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Ja, ich bin immer noch im Ladebildschirm. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Es kann sich nur um Stunden handeln, meine Lieben, es kann sich nur um Stunden handeln. Was ist hier los? Oh Gott. Ja, hm. Der ganze Sektor ist voller Kisten. Äh, wo hatte ich denn das Ding? Hell? Müsste der nicht eigentlich grün angezeigt werden? Ich weiß es nicht, du. Da ist er. Also, hier ist noch einer. Okay. Hier unten ist noch einer. Okay, also ich hüpfe mal dahin. Hups. Wo du zuerst markiert hattest. Und da komme ich ran. Okay. Schnell das andere Schiff hätte er jetzt ihm. Oh. Es geht Richtung Mitte. Echt war er da. Also wenn es da ist, wenn er da ist, dann komme ich da auch gerne hin. Ja, erst mal Ladebildschirm. Aber ich habe ja die Hoffnung, dass es ein Schmuggelschifter durch die Gegend fliegt. Kann ja nicht sein. Dritte Sektor, wo kein Schmuggelschifter drin wäre in dem Moment. Schmuggel. Zerstörer. Kein Schmuggel. Kein Physischmuggel. Belastend. Mhm. Denke ich mir auch. Also. Also irgendwie. Hm. Komisch. Alles ein bisschen merkwürzig. Also hier ist noch eine Masse-Signatur, eine gelbe. Ups. Äh. Sieh wieder weg. Wo sie denn? Jetzt ist wieder da. Hui. Magic. Hier. Das ist ein Magic. Hier. Boah. Also. Wenn es schnell geht, macht es überhaupt nichts. Also Leute. Ja. Dieses. Energie-Ding. Ist schon ätzend. Vor allen Dingen eigentlich, weißt du, sonst spawnen die Dinger immer wie Sand am Meer. Pass auf, gleich hibst du in den Sektor rein, wo, 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 wo Dingens schon durchgeflogen ist. Dingens? Achso. Dingens. Ja. Das kann gut möglich sein. Nun, dann müsste es ja eigentlich offen sein. Ja. Ja, schon lustig. Wollte ich ja immer so anfinden, ne? Und auch nur zerstöre. Was ist denn hier los, Arma? Ihr weiß nicht. Ihr wird's wissen. Don Capo hat dann auch nichts gesagt. Ich verstehe nicht. Warum ist das so? Ich hab nichts gemacht. Dann nehme ich meinen Eisengeier und fahre nach Hause. Ah, scheiße. Flap, 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 flap. Genau. Ihr sucht Tod oder ne Wendung? Also. Dreh durch. Und Frachter. Ich dreh einfach durch. Wenn du diese blöden Asteroiden suchst, findest du sie überall. Ist genauso wie mit denen, Sattel. Ja, ne? In fast jedem gelben Flip, wo ich reinspringe, ja, ist ein Sattelie. Fast zwei Folgen danach gesucht, haben wir nicht eingefunden. Bis du mal auf die glorreiche Idee gekommen bist, in einem einfach drinne stehen zu bleiben. Wir zahlen eine Belohnung von 100 Millionen Credits fehlendes gelieferter Artefakt. Die Bruderschaft. Ähm. Haben wir nicht irgendwas doppelt? Also bei mir ist noch ein Schmuggler. Bei dir ist es ein Schmuggler? Ja, aber hier ist kein Schiff. Ne. Ja, also irgendwie verhext. Wir fliegen wieder nach oben. Es ist verhext. Ja, normal ist es nicht mehr. Normal ist das nicht mehr. Wir sind auch so viele Ressourcen, ne? Stell die Waffen mal aus. Wer, du? Ne, du. Wieso? Weil ich glaube, der Schmuggler ist feindlich. Welcher? Allgemein. Nö. Also ich habe bisher kein Feindchen gesehen, ja. Weil hier war gerade ein Schiff und das wurde einfach instant zerstört. Oh lol. Aber ich glaube nicht, das ist der Schmuggler. Also bei mir sind sie neutral. Das Schiff ist zu klein. Hoffe ich. Wer mies? Ah. Nam nam. Schmuggler. Na, hier sind auch nur Zerstörer im... Das kann doch nicht eigentlich... Jo, ihr Lieben, was soll ich machen, ne? Ihr seht es ja selber. Ich führte da jetzt gerne, aber irgendwie darf ich nicht. Es soll wohl halt einfach nicht sein. Was? Aufgrund von unten? Auf jeden Fall hast du da bitte aus dem Leben gepustet. Oh lol. Ne feindliche Fraktion greift hier gerade an. Oh lol. Ich hab nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts... Hab ich gemacht. Gar nix. Nix hab ich gemacht. Ich bin absolut friendly unterwegs. Solltet ihr mich angreifen, mache ich euch platt. Ich suche nur. Ich suche nur so einen blöden Papa. Nur so im Pokal. Jetzt mal ohne Scheiß. Wenn ich an das Wurmloch fliege bei den Feinden, komme ich da vielleicht schon mal wie du es sagst. Eigentlich gibt es sowas ja nicht. Jetzt gibst du ja nicht. Aber durch die ganzen Mods? Ja, aber? Das gibt es auch ja nicht. Gibt es ja wohl. Jetzt scheitert es an so einem Scheiß, oder was? Ich sag jetzt scheitert es an so einem Scheiß. Das, dieses aufgrund der Warnung. Ja, das bin ich. Oh, ein Schmuggler! Kann ja nichts für. Na toll. Jetzt, wo ich ins Wurm noch geflogen bin. Nice. Huh! Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ich? Wo müssen wir hin? Ich habe nicht drauf aufgepasst, wo wir müssen. Hä? Ich bin auf der anderen Seite. Ohohohoho. Ich bin auf der anderen Seite. Ich bin auch fast dafür, dass wir hier so ein Loch suchen. So, wenn mich jeder dort reinspringt. Aber warte mal, ist ja dumm. Ich bin neben mir auch. Tutu! Nicht? Einfache Lieferung. Wo ist es denn? Wen meinst du? Ein bisschen Feinde meines Feindes. Ach, wir müssen da wieder hin. Ah, Lull. Okay. Dann, Torpedo-Fregatte. Reisemodus bitte da wieder hin. Und nimm den Rifter-Kund da gleich mit. Start. Nee. Say what? Say hey. Oh. Wart ne Geburt. Wart ne. Und jetzt alle. Äh. Oh. In Schiffensektor wechseln. Prozessor-Fabrik. Wir können anfangen, die Dinger zu verkaufen. Du hast ne Prozessor-Fabrik? Klar, ich hab einfach eine gebaut vorhin. Oh, Lull. Alles klar. Ey, übertreibt halt einfach. Also so ein Beschleuniger-Ding kann ich nicht einfach mal bauen. Ich glaub, das Ding kostet 164 Millionen. Kann man mal machen. Oder? Oder waren's 256 Millionen? Ich weiß gar nicht. Gar nicht. Nur das ist ja alles, aber ich wüsste hier. Ich bin aus der Materie voll raus. Raus. Katu bist raus. Da bist du so richtig raus, sagst du? Bin da so richtig. Station Bauschiff hier müssen wir noch umbinden. Ups. Ja. Ist der jetzt bei dir oder nicht? Äh, ich bin im Reisemodus dahin. Ich bin doch gar nicht da. Ich werd jetzt, äh, zurück, das Wormloch springen. Uh. Zurück durchs Loch, sagst du? Ja. Der Ausgang ist aber ganz praktisch. Ich mein, äh, der ist hier. Oh. Und das benennen wir um. Und Gas. So, wo ist der Ausgang? Oh, da kommt man einmal direkt auf die andere Seite. Mhm. Das ist praktisch. Das ist praktisch, ja. So, 80% ist abgeschlossen. Sehr schön. Hier läuft alles soweit. Aber auf der anderen Seite, das ist halt ein Feind. Egal, fliegst mal kurz durch. Krasierst alles weg. Ah, dann hört man sich mal nebenbei, ne? Gött man sich nach jedem Restart einfach mal die Handelsstationen hier stehen. Ich hab drei Mille gemacht. Das läuft ja langsam. Es läuft ja, es wird. Es wird, sagt er, ohne Charme. Klar. Ohne Charme. Voll Alarm da. Es wird. So. Sehr schön. Ah, zwei Mille haben wir noch. Bist du da? Nix. Ist der da? Ist der da? Wär's was? Ja. Ah, ich bin angekommen. Sehr schön. Äh, in Schiffen, in Sektor wechseln. Und zwar den Rift-Erkunder wechseln. Weil der hat nämlich die Waffe drauf. Oh, schau. Bist du. Äh, toll. Was? Das war hier schon mal nicht. Shit. Komm, dann. Hä? Ach, da hinten ist das, um Gottes Willen. Was denn? Ja, die Mission. Ich bin komplett auf die falsche Richtung geflogen. Fünf Minuten dauert das, bis ich da bin. Oh, toll. Zeig mal. Na gut, ihr Lieben. Aber ich würde sagen, wir machen dann mal ganz pauschal mit der Folge hier Ende. Ich fliege da einmal schnell rüber und dann sehen wir uns an den nächsten. In dem Sinne, haut rein, macht's gut und ciao, ciao. Tschüss.